Achtung, jetzt wird's ein bisschen nostalgisch. Kennt ihr den noch? Das ist Beni Weber, der früher die Bastelsendung Artetec auf Super RTL moderiert hat. Wie immer könnt ihr natürlich alles, was ich euch heute zeige, ganz leicht auch selber machen. Ich hab genau das Richtige für euch. Eure eigene Artetec Nachttischlampe. Wenn ihr euch so eine basteln wollt, braucht ihr zuallererst mal Klopapier rollen. Legt auch schon mal Klopapier zurecht und mischt weißen Bastelkleber mit etwas Wasser. Jetzt ist Beni zurück und will wieder basteln. Das hat er vor kurzem in einem Video auf TikTok angekündigt. Ich hab das richtige Shirt rausgeholt und ich hab genug von diesem Zeug hier. Außerdem natürlich ein paar Klopapierrollen gesammelt. Studio steht. Ich hab ein bisschen Lust auf Basteln. Die Frage ist nur, ob ihr es überhaupt sehen wollt. Laut den Kommentaren wollen das viele definitiv sehen. Kennt ihr Artetec noch? Und konntet ihr schon jemals irgendwo eine Flasche von diesem weißen Bastelkleber ergattern? Schreibt's mal in die Kommentare.